Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhland und heute mache ich ein Video zum Thema innere Lehre. Wie komme ich auf das Thema? Eine Abonnentin meines Kanals hat in einem Kommentar, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Mail war, geschrieben, sie wird, ich sollte mal was dazu tun, zu dem Thema innere Lehre. Innere Lehre ist eine Symptombeschreibung, die man bei vielen psychischen Erkrankungen findet, hauptsächlich aber bei der Borderline-Störung oder bei Trauma-Folgestörungen. Und dieses Gefühl der inneren Lehre ist ganz schwer zu greifen und zu beschreiben. Aber jeder, der zum Beispiel mal eine Borderline-Störung gehabt hat oder der einer schweren Depression gelitten hat oder der eine KPDPS gehabt hat oder noch daran leidet, kennt dieses Gefühl. Es ist so ein Gefühl, nichts mit sich anfangen zu wissen. Wenn man allein ist, man kann nicht mit sich umgehen, man findet keine Freude an der Auseinandersetzung mit sich selbst. Man empfindet sich selbst als Last und hofft immer drauf, dass jetzt irgendjemand anders kommt und irgendwas passiert, damit man dieses unangenehme Gefühl in sich nicht hat, diese Leere, die manchmal auch mit Langweile einhergeht. Also für so Menschen, die unter innerer Leere leiden, ist ein Sonntag, an dem kein Kontakt, an dem keine Bezugsperson oder Bindungsperson da ist. Furchtbar, man hat das Gefühl, so innerlich sich zu verlieren. Man kann nichts mit sich anfangen. Es ist einfach alles grau und unangenehm. Und jetzt hatte mich die Userin tatsächlich gefragt, woher dieses Gefühl kommt und warum das eigentlich bei so vielen psychischen Erkrankungen so ist. Und das hat den einfachen Grund, es resultiert in einem Bindungstrauma. Also namentlich im Verhältnis zu den nahen Bezugspersonen. Ganz viele psychische Erkrankungen entstehen meistens auf einem Problem mit den Bezugspersonen, einem Bindungstrauma. Die Bezugspersonen waren emotional nicht präsent, nicht verfügbar, konnten keine Liebe geben, nichts spiegeln. Und das führt im Kind zur mangelnden Ausprägung einer Beziehungsrepräsentation. Und diesen Bindungstrauma, diesen Bindungstrauma-Effekt findet man bei ganz vielen psychischen Störungen, bei Depressionen, bei Borderline, bei KPTPS, weil die Bindungsperson kein Angebot gemacht hat oder sogar noch eher geschadet und das Kind entwertet. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind wird bei einer traumatisierten Mutter groß, die kann nicht richtig spiegeln, kann die Gefühle des Kindes nicht richtig übersetzen, ist vielleicht noch nicht mal aggressiv, kann aber keine positive Symptomatik aufbauen, wird dem Kind keine Emotionalität gespiegelt und das Kind kann keine innere Repräsentation zu sich selbst entwickeln, weil die Mutter emotional die Festplatte nicht beschreibt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Diese traumatisierten, schwer traumatisierten Frauen können nichts dafür, weil sie es selbst erlebt haben. Das ist nur ein Beispiel und das geht natürlich in verschiedenen Abstufungen. Und so hat das Gefühl immer, das betroffene Kind, das Gefühl innerlich, es fehlt was. Noch schlimmer ist die Variante natürlich, wenn das Bindungstrauma mit Beschämungen oder Gewalt einhergeht. Hier vermitteln die Eltern dem Kind das chronische Gefühl, nichts wert zu sein, keinen Eigenwert zu haben und sie beschäftigen sich auch nicht mit dem Kind. Und diese mangelnde Objektrepräsentation im Kopf, also das Kind hat einfach im Kopf Elternobjekte, die sich nicht interessiert haben, die nur strafend waren, bestimmt nachher die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Also die Eltern sorgen im Prinzip dafür, in ihrer Beziehungsgestaltung zu uns, dass wir eine Beziehung mit uns entwickeln. Also Eltern, die diese Rolle nicht ausfüllen können, weil sie a traumatisiert sind und es nicht können, es nicht absichtlich machen oder sogar aktiv dazu tun, führen auch immer in der Eltern-Kind-Beziehung dazu, dass die Beziehung zu uns schlecht und nicht lebbar wird. Und ein Ausfluss von dieser Situation ist die innere Leere, dass ich, wenn ich groß bin, in dem ganzen Störungs- oder psychischen Erkrankungskonglomerat, was ich halt durch so eine Kindbindung habe, auch nichts mit mir anzufangen weiß, weil einfach niemand mein Blatt positiv beschrieben hat oder mir ein positives Modell dafür war, was ich mit mir anzufangen weiß. Eine leidlich gute Mutter oder ein leidlich guter Vater macht dem Kind immer wieder ein Beziehungsangebot, ein Spielangebot, fragt nach und tritt so in Beziehung. Und je verkümmerte diese Angebote sind, desto weniger bilde ich auch so ein inneres Angebot bei mir selbst aus und kann weniger mit mir beschäftigen. Und das ist halt auch das Ding, wie man innere Leere überwindet. Ich muss lernen, eine bessere Beziehung mit mir selbst aufzubauen. Das heißt, ganz theoretisch klingt auch sogar ein bisschen so kitschig nicht, aber ich muss lernen, eine liebevolle, gute, innere Beziehung und eine lustvolle Beziehung mit mir aufzubauen, dass es Spaß macht, mit mir allein zu sein. Und ich muss mein eigenes Blatt positiv beschreiben. Also ich muss mir Interessen suchen, Hobbys suchen und nicht nur stumpf irgendwas konsumieren. Also wenn ich viele Menschen, die innere Leere haben, die gucken dann endlos Fernsehen, daddeln am Handy, gucken 200 Stunden TikTok. Und das ist ja keine gute Nahrung. Also die innere Leere füllt man nur mit guter Nahrung, indem ich irgendwas tue, was mich anspricht. Bewegung, Sport, Interaktion. Und so kann man die innere Leere füllen, die die Eltern entweder aufgrund eigener Traumatisierung oder sogar eigener Boshaftigkeit nicht gefüllt haben. Also man muss im Prinzip sein eigenes Blatt neu beschreiben und so überwindet man auch die innere Leere. Ich hoffe, dieses Video hat dir den ersten Gedanken zum Thema innere Leere bei psychischen Erkrankungen gegeben. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniere gerne meinen Kanal, like mein Video, kommentiere gerne auch unten und vielleicht gerne bis zum nächsten Video. Vielen Dank.